Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin euer Zocki und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Home Sweet Home. Folgendes, wir sind hier letztens gestorben, weil die Kretzen da hinten, die dauernd so herumkönnt. Oh, na, sie kommt. Oh, ich hoffe, sie kommt jetzt nicht wieder daher in diesem Bereich, weil jetzt bin ich tot. Nein, 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 sie... Oh, warum, der hängt schon wieder. Oh, jetzt jetzt mal dein Schnauze-Mädchen. Fuck you, Sackgasse. Alles cool. Nix passiert. Hey, alles langt. Nun, wo muss ich hin? Ich muss die Sicherung holen und dann wieder zurück. Aha. Fuck you. Der scheiß Radio! Der scheiß Radio? War das deutsch? Das war doch gerade nicht deutsch. Den scheiß Radio? War das nicht gut? Der scheiß Radio? War das nicht gut? War das nicht nicht gut? War das nicht gut? War das nicht gut? Ja, ich muss jetzt ja was. Alles cool, ich muss nur wissen, wie sie geht. Fuck, 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 fuck. Ist so finster, wo ist denn da ausgegangen? Hier, wo ist jemand? Oh Gott. Scheiße, warum ist denn die Türe zu? Okay, es war ihr anscheinend egal. Das ist so ein Scheißspiel. Was ist denn hier los? Jetzt brauche ich natürlich ein Metall-Amulett. Das ist doch eine Scheiße! Mach schnell, mach schnell! Nein! 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 Ehh! Ehh! Ehhhhhhhhh! Ich is ja... Hau ihr einen rein einfach. Hau ihr einfach einen rein. Ich kann nicht rennen. Was ist denn das für ein? Oh, die Ahke. Oh, schieb mir den Kasten in den Weg! Oh ja, ich bin weg. Ja, wer da? Hallo? Ah, ich muss Knopf drücken, auch noch, ganz vergessen. Hallo? Verdammt. Hey, Tim. Hey, Du. Ah, ist klar. Ja, ich weiß. Warte, ich geh ran. Ich geh ran. Ja, ich kann nichts machen. Ich würd gern drücken, aber es geht nicht. Hoppala. Du, Du. Ich hab's durchspielt anscheinend. Ja, ich würd dich ja gern zurückrufen, aber... Ich hör mir immer nur die Nasis an. Wow. Was ist mit dir, Mann? Ich hab' dich in Jahren gesehen. Ich hoffe, du machst gut. Ist das mein Fernseher? Ist das meine Wohnung? Die ist nicht schlecht. Überall der Alkohol. Es gehört sich so. Ganz normal. Männerbude ist so. Wenn ich jetzt in die Küche schraube, müsste der Kühlschrank fast leer sein. Nur vielleicht Red Bull und Alkohol drin, aber ich kann gar nicht öffnen. Was steht da? So, genau. Das Badezimmer. Ich hab' kein Spiegelbild. Ich find, das könnten die... Ich weiß nicht. Aha. Unbekanntes Foto. Okay. Überall Alkohol. Ich find das so. Es ist wie bei mir. Die leeren Dosen und Flaschen überall am Boden. Hey, was war das? Aber ich kann die Liste nicht... Ah, oh ja. Hier, hoppala. Oh, fuck. Ah, ha, 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 ha. Kann ich irgendwie... Ach so. Hm. Okay, die Frau ist futsch. Okay, die Frau ist weg. Das ist sie, ha? Das sind wir. Warum ist mein Gesicht so verschwommen? Das ist wie bei der... Bei der Ring oder so, ne? Nicht bei der Ring. Der Fluch, glaub ich, war das. Ich vermisse es so. Ich steh' auf Berge. Definitiv. Ah, hier kommt die Musik her. Kann man das ausmachen? Das ist mal ein geiler Fernseher, hm? Die dreckigen Unterhosen sind noch da. Aber sie ist weg. Ah, ich spiele definitiv Gitarre. Oder sie. Keine Ahnung. Wir sind sehr musikalisch begabt. Ich hab' zwei Toiletten im Haus, weil ich einfach der King bin. Oh, da ist ein Brief. Ich kann gar nicht rumplätzern. Ich krieg' die Tür nicht auf. Muss ich hier noch was machen? Die Rucla sind extrem, hm? Obwohl ich denke, ist schon besser als gestern. Also als letztes Mal. Was ist das? Was hab' ich übersehen? Warum ist denn der schon wieder? Oh Gott. Oh Gott. Irgendwas hab' ich übersehen. Ist da jetzt heller worden? Ich weiß es nicht. Kann ich ins Klo reinschauen? Vielleicht sollte ich einfach nur mal ein Ei legen. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Ah, da hinten. Ich hab's schon gesehen. Das ist der Bauplan. Das ist die Wegbeschreibung. Okay. Wow. Kann ich das nicht nehmen? Nö. Krieg' ich's jetzt auf? Ich muss als erstes einen Schlüssel finden. So schaut's aus. Und die Wegbeschreibung sagt mir, wo der Schlüssel ist, denke ich. Ja klar. Ja klar. Das ist definitiv das Wohnzimmer. Der Schlüssel ist im Badezimmer, denke ich. Ist das Badezimmer gewesen auf der Seite? Ich weiß schon, wo der Schlüssel ist. Alles super. Komm ja aus. Das Haus ist so leer ohne sie. Da unterm Hut ist der Schlüssel. Oder hier irgendwo. Oder war der Schlüssel in der Küche dann? Oh nein. In der Küche war er doch nicht. Ah so. Warte mal. Hier. Entschuldigung. Ich hab das falsch gehalten gehabt. Unterm Topf. Hier muss irgendwo der Schlüssel sein. Hier oben. Passt. Das war doch. Das war doch. War das nicht. War das hier? Schlüssel? Wenn ich mir das jetzt nochmal anschauen muss. Das ist ja schon wieder umgefallen. Was ist da los? So. Ich schau mir das jetzt nochmal an. Der Schlüssel war doch hier. Wenn ich mir das hier. Wenn ich mir nichts mehr reinhauen könnte. Oh nein. 15 Minuten und ich zeige einfach nichts. Nichts. Ja klar hier. Aber da war noch nichts. Weil hier ist die Bank, der Tisch, dann Fernsehkastel, dann Esstisch und hinterm Esstisch ist dann der Schlüssel. Und da habe ich ja geguckt. Aber da war doch nichts. Ich habe den jetzt nicht ganz zufällig anhängen. Ich muss mich ducken. Ach Gott. Alles gut. Jetzt sind wir. Kann ich mal schauen? Nein. Es ist privat. Geh raus. Okay. Nun. Es ist Zeit für den Bett. Es ist Zeit für den Bett. Ist das Shane's Diary? Was ist das? Das ist ein Zettel. Es ist ein Zettel. Was? Ich fühlte mich, wie ich schlimmer immer wurde. Oder ich fühlte, wie es immer schlimmer wurde. Ich sah immer wieder Dinge, die nicht da waren. Es passiert immer wieder. Ich dachte, jemand im Haus war. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwoher Tag und Nacht beobachtet wurde. Ja. Ich fühlte mich rund um die Treppen Schrank. Was? Gruselig. Oh Gott. Du machst keine bessere Shane. Pass auf dich an. Für Tim. Rede ich zu. Ja. Wollen wir was? Es ist Katastrophe. Was? Tim ist noch nicht zu Hause gekommen. Er ist schon überall gekommen. Aber zu Hause ist er noch nie gekommen. Wir gehen nicht zusammen aus. Das hat mir völlig wenig gemacht. Keine Ahnung. Ich kann das nicht mehr. Das ist so wie der Radio. Also. Superdeutsch. Ja und jetzt? Ich möchte die Wohnung wieder verlassen ehrlich gesagt. Das ist so wichtig. Es ist Due. What's up with you man? What's up with you man? I haven't seen you in ages. Hope you're doing well. What the fuck?